So, hier gibt's noch was. Ja, ich hasse Gift. Schnell weg. Okay. Schneiden. Abkürzung freigeschaltet. Okay, alles klar. Na cool. Dann wenn ich sterbe, was relativ naheliegend ist. Ah. Unheimvolle Statue. Keine Daten gefunden aussehen. Verheißt nichts Gutes. Ah, jetzt sind wir hier. Wow. Wie sind wir denn hier hin gekommen? Hinten ist noch was. Warte. Ja, dann da geht's zum Schöpfer. Okay. Da unten. Ne, da ist nix. Doch, da ist was. Da unten. Genau. Blockiert. Ja, schauen wir uns erstmal das offensichtliche an. Ui. Es gibt's hier immer noch. Nice. Was machst du hier? Jedi. Du musst deine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datumi ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht. Aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anders. Warte, warte, ich bin nicht hier. Warte. Warte. Der Fremde und er ist geschwächt. No. Herrgott hat mich besiegen. Ich hab doch geblockt. Oder etwa nicht. Wups. Ich. Ich. Ich dachte, ich hätte er geblockt. Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Springen. Danke. Springen. Und springen. Dann fängt das schon wieder an. Come on. Also. Okay. Es gibt noch Schwestern in der Nacht. Ist ja krass. Aber wieso sagt sie, ähm, dein Handeln, äh, zeigt was anderes. Er ist wieder da. Ähm. Oder sagt was anderes. Weil an sich. Wir haben ja niemanden gekillt. Weil an sich. Wir haben ja niemanden gekillt. angreifen. Ja, ausrechnen, ausrechnen, ausrechnen. Okay. Das war Glück. Das war einfach nur Glück. Sehr gut. Das war einfach nur. Aber. Das war einfach nur. Das ist aufgじゃ. Ich bin hier. So, wir haben das da genaßt. Na komm. Du auch noch? Jetzt hör mal auf hier. Giftspucker. Ja, springen, springen. Okay. Ich heile mich jetzt noch nicht, weil... Er darf sich nicht erholen. Dieser Schmerz bedeutet nichts. Wirf ihn her. Na gut, dann... Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Verzahle für die Sünden der Jedi. Der Jedi. Er zichert vor Angst. Er versorgt hat... Blut, Herr Ungeziefer. Alle werden fallen, genau wie dieser Fremde. Ah, das war... Ja, und bla 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 bla. Ja, ja, okay, okay. Ähm, ich werde wahrscheinlich... Ich glaube, ich werde das jetzt so machen. Ähm... Ah, stimmt, jetzt muss er... Ähm... Ja... Genau, wenn... Äh, ja, ich... Es klappt, ne? Ähm... Ich werde den einen... Versuchen zu... Ähm... Verlangsamen. Also mit... Mit der Macht. Und den anderen währenddessen... Versuchen, äh, zu killen. Mal schauen, ob es klappt. Versuchen. Versuchen. Odercken. Kwindere öfter tröser ... Es kỳ! ...f Diskusschen... ... Ich weiß nicht, dass ich hier nicht verstehe. Oh nein, ach komm. Wieso sterbe ich jetzt hier? Oh man. Hm, auf ein neues. So. Hm, Dathomir? Ist vielleicht zu schwer. Äh. Äh nein. Alter, hier ist Blockhalt. Stimmt. Ich brauch Hilfe. Wurf mal her. Alter, wieso, wieso fällt es mir jetzt so schwer? Oh man. So, ja. Wir haben noch eine Heilung übrig. Huuu. Brüder, ein Eindringling! Vorhücken! Näher ran! Wer zittert vor Angst? Wer flieht? Wo bleibt dein Können? Wer flieht? Wer flieht? Ich werde dich treffen! Ich werde dich treffen! Ein ordentlicher Treffer! Hä? Hä? Ich hatte keine Chance gegen unsere Kampfkraft! Ich hatte keine Chance gegen unsere Kampfkraft! Das war knapp! Warte, ich muss halt echt schauen, dass ich halt die Krabbelviecher wieder durchrushe, ohne wirklich Probleme zu haben. Ohne einen Slim zu nehmen. Wie habe ich das denn vorhin geschafft? Wie habe ich das denn vorhin geschafft? Ja, spring halt rein! Ähm. Ähm. So, das ist auf jeden Fall... Also, ich muss mal schauen, dass ich den, ähm, den F-Charge bei denen auch mache. Hä? Nein! Vielleicht verletzt! Puh! Oh Mann! Okay! Neuer Versuch! Neuer Versuch! Brüder! Ein Eindringling! Ähm. Ah, okay. Du hast keine wahre Stärke! Brüder, helft mir! Ich kann dich besiegen! Gib mir ein Simp! Ich werde dich treffen! Bleib nah an ihm dran! Dein Tod ist sicher! Ich mach dich fertig! Dein Tod ist sicher! Ich hab's geschafft! Oh Mann! Gut gemacht! Sag, sag mir bitte, dass, dass es hier irgendwo einen Safe Point gibt. Gut! Brüder der Nachtkrieger! Äh. Geschick und flink! Eine starke Verteidigung und die aufmerksame Nutzung von Angriffsmöglichkeiten sind ratsam! Weiche ihnen nicht ihren nicht blockbaren Überkopfangriffen aus! Ja! Das habe ich selten gemacht! So! Äh. Bitte! Bitte! Warte mal! Ähm. Gut! Hier geht's eben weiter! Ja! Hier kommen wir ja sowieso dann zurück! Ähm. Ich brauche echt so ein, so ein Safe Point! Das wäre ganz cool! Da drüben! Ah! Okay! Aber da, da kommen wir ja nicht hin! Da kommen wir ja irgendwann später hin! Okay! Da oben ist was! Und da ist, glaube ich, ein Safe Point! Ich werde sicher, ich werde sicher hier failen! So! Ähm. Ja! Die Aufnahme ist abgebrochen! Weil ich nicht genug, genug Speicher hatte! Deswegen, ja! Drei, äh, Fähigkeitspunkte verfügbar! Wow! Gut! Dann werden wir mal schauen! Ähm. Genau! Hier ist, äh, kann ein Überkopfhieb, äh, und dann nochmal, also Doppelüberkopfhieb, überkopfhieb. Dann greift auch zu dem Sprint heraus an. Das werde ich auf jeden Fall tun. Nice! Gut! Und dann, äh, blocken. Da kann ich, äh, länger blocken. Und dann habe ich noch einen. Ähm. Nach einem, schnellen Ausweichmanöver an und führt eine, einen schnellen, eine schnelle Trittattacke. Okay. Verlangsamen. Maximale Macht. Ich nehme mal das da. Kann ich nicht? Ah, zwei Fähigkeitspunkte brauche ich dafür. Und hier eine Fähigkeit. Ja, dann, äh, warten wir mal den Fähigkeitspunkt ab. Weil dann, äh, zweimal hintereinander ist, glaube ich, cool. Dann will ich mich auswunden, damit ich hier wieder voll habe. Und dann geht's weiter. So. Genau, also, ich, ich bin da jetzt nur kurz, äh, äh, also ich glaube, vor der... Oh, da oben! Da, da komme ich, glaube ich, nur, äh, durch die Tür dann, nach um. Ähm. Genau, also, äh, vor der Schlucht ist, glaube ich, die Aufnahme abgebrochen. Und, äh, ja. Und dann bin ich rüber gesprungen und das war's. Da unten, seh! Er zieht sich zurück! Kann ich nicht mehr. Es ist nichts! Wir sind stark, Brüder! Ah, ja, 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 ja. Warte, äh, da... hat mich gerade einer angeschrieben. So. Ja, ich hoffe, jetzt kann ich wieder normal aufnehmen. Okay. Da kommen jetzt... gleich ein paar Leute. Sie verdammten Neidex sind... Da unten! So wärts! Kann ich die... Kann ich die... ...ein Wasser! Komm hinter dieser Klinge hervor! Noch mehr noch, Brüder! Oh! Ich brauche Hilfe! Puh! Super! Gut! Also... Hier geht's zur Tür, aber ich weiß nicht, ob ich die öffnen kann. Äh, schau ich mal kurz. Ne. Blockiert. Ich kann sie nicht öffnen. Richtig! Oh, du machst alles kaputt. Das ist, äh... Das ist zum Beispiel etwas von Two Brighter. Die beste... Ähm... Ah, warte. Ich... 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 Ich speichere mal kurz. Äh... Die... Die beste... Ähm... Ähm... Na? Archäologin, die immer alles kaputt macht. So... Okay, wir brauchen nur noch, äh... Ganz wenig, um, ähm... Um den zweiten Fähigkeitspunkt auszubauen. Und dann können wir schon... Den Doppel-F-Sprung machen. Hallo? Oh Gott! Schock mich! Ich lasse mich nicht einschüchtern! Deine Schläge sind schwach! Sagt er halt dann, wenn ich, äh, so'n, äh... Dann berühr's nicht! Ich werde diese Krabbel auf Distanz halten! Und wenn sie dich anspucken? Okay, dann... Eindringling! Ach so! Ja, stimmt! Ich werde deine Abwehr brechen! Verdamm' dich! Ja, ähm... Du hast mich gerade gegen die Wand gerammelt hier. Ich hatte eigentlich gerade, ähm... Ich wollte eigentlich gerade, ähm... Die Machtverlangsamung, äh... Verlangsamung machen. Also eins, quasi drücken. Aber das, äh... Ging nicht. Er ist unter uns! Oh! Erledigt diesen Eindringling! Ah, stimmt! Oh! Brüder! Attacke! Ich brauch' Hilfe! Hilfe! D-D-1! Das fühlt sich besser an! Da unten! Ja, Bruder! Da du mir dürstet es nach deinem Blut! 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 So kann ich die auch, ähm... Ähm... Äh... Ausweichen. Okay. Gut! Bruder der Nachtbogenschützen. Weiche nicht! Blockbahnen aufgeladenen Projektilen von Energiebogen auf... Äh... Aus! Äh... Wäre normale Schüsse das Energie ab... Und werfe sie zurück. Ja, okay. So... Eindringling! Ja! Gib dir mehr Mühe! Okay. So... Dobrik под vocalistisch! proveich, えー White guerra! Du strass, imc alrededor der Zeit, nach Quant Base! Untertitelung des ZDF, 2020